Herzlich willkommen hier beim Wheel of MMA Podcast, heute wieder mit einer News-Episode und zwar Islam Makhachev hat einen Fight und Paolo Costa hat ebenfalls einen Fight. Mehr dazu gibt es in dieser Episode, viel Spaß dabei. Lasst aber vorab gerne einen Daumen nach oben da oder ein Follow bei Spotify oder eine Bewertung bei iTunes. Ja, Islam Makhachev bekommt einen seiner zwei Wunschgegner. Zuerst wollte er gegen Haftfeldt aus Anjos kämpfen, dann gegen Tony Ferguson. Biden wollte er helfen, zurückzutreten. Jetzt steht es so gut wie fest. Islam Makhachev kämpft bei UFC 267, das Event, das doch nicht UFC 267 heißen wird, im Oktober gegen Rafael dos Anjos. Damit kämpft er gegen die aktuelle Nummer 7 im UFC Lightweight und er selber sieht das als Nummer 1 Titel-Container-Fight. Das heißt, er geht davon aus, dass der Sieger dieses Kampfes einen Titelkampf gegen den Champion bekommen wird. Also, im Endeffekt gegen den Sieger aus Charles Oliveira gegen Dustin Poirier. Den Fight werden wir ja im Oktober sehen, äh im Dezember. Weitere Kämpfe von UFC 267 sind einmal Jan Blachowicz gegen Glover Teixeira und Piotr Jan gegen Elgermain Sterling 2. Das Ganze wird auf der Fight Island stattfinden. Die Sache ist aber die, offiziell wird es nicht UFC 267 sein, sondern ein normales UFC-Event. Inoffiziell ist klar, natürlich zwei Titelfights, solche Knaller haben nur Pay-Per-Views und dementsprechend ist es inoffiziell eben dieser Pay-Per-View im Oktober. Dann gibt es News über Paolo Costa. Paolo Costa, der sich ja sehr beschwert hat über die UFC, über die Bezahlung. Er hat gesagt, Leute, wenn ihr mich nicht wie ein Main-Event-Fighter bezahlen wollt, dann kämpfe ich nicht. Und er hat auch keine Einigung gefunden. Und Paolo Costa hatte ja damals auch diesen Kampf abgelehnt. Jetzt steht er kurz davor, ein Fight gegen Marvin Vittori zu unterschreiben. Spannendes Ding. Paolo Costas letzter Fight war gegen Adesanya. Vittoris letzter Fight war ebenfalls gegen Adesanya. Und wer weiß, vielleicht sehen wir hier sogar wieder den nächsten Titel-Contender, abseits von Robert Whittaker. Klar, wir sehen Robert Whittaker gegen Israel Adesanya. Dieser Fight wird kommen. Aber was kommt danach? Vielleicht Costa oder Vittori vs. Adesanya, das Rematch. Ich denke, Paolo Costa hat hier gute Chancen, diesen Kampf zu machen, je nachdem, wie gut er von seiner kleinen Pause da zurückkommt. Es gibt ein Foto, wie er aktuell aussieht. Paolo Costa ist in brutaler Form. Er sieht wirklich super gut aus. Nichtsdestotrotz sollten wir einfach mal gespannt sein. 23. Oktober soll das die Fight Night Headlinen, also das soll das Main Event der Fight Night werden. Und ich bin ehrlich, Isla Machachev gegen RDA im Oktober und in der Fight Night dann Marvin Vittori gegen Paolo Costa. Das sind richtige Banger. Ich bin mal auf eure Meinung gespannt. Folgt Will auf MMA auf Instagram und damit hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.